Oh, f*** dich, Kefka. Au. Du was, Kefka? Du bist tot, Junge! Ziemlich. Du bist tot! Ein Topf. Siehst du, wozu ich im Stande bin? Ich glaube, das ist seine Zeile, wenn er etwas im Nachteil ist und gewinnt. Jo. Gegen Level 15? Warum nicht? Ich kann es ja auch, ne? Ich habe sie drauf. Oh, du hast ja nicht verfehlt. Ich bin der Mann, du weißt! Der Mann! Ich kann nicht sagen, was? Richtig! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warum war mir das so klar, dass es kommt? Was ist das? 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 Obtain all Licenses! Ja. Ja. Hallo! Fick dich doch mal! Wieso kriege ich das nie mal durch? Nie treffe ich, wenn mein gottverdammtes X-Mode drin ist. Verrack einfach nur! Ah! Und tschüss! Ah! Ah! Take that! Uh! 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 Beat this! Oh! Pfffh! Hahaha! Yay! Everything! Huuu! schwarzen bildschirm habe ich einen schwarzen bildschirm scheiße nehmen wir echt so lange auf ja ich glaube so eineinhalb stunden ich habe noch mal ich habe noch mal gegen zwei balken gehabt kann nicht wahr sein so ich präsentiere euch das bild lang ist sehr ich weiß nicht ob viele leute von euch das bild stoppt jetzt mal waren danke jetzt endlich endlich habe ich mich selbst besiegt nach einem kleinen batterie schwäche anfang ja psp abfocken lassen was das kann mal passieren hier jetzt scharf es wieder gegen eine lightning aber die weiße die hat nur ein hp weil sie den verrotteten trägt und natürlich ja genau tschüss einfach nur 18.084 bonus level jetzt wirst du wissen was ich gemacht bin Gott, bin ich gut. Weitere 25 Kp. Bäm. Coupo! Mach dir keine Umstände. Ich werde hier auch alleine fertig. Keine Sorge, ich kann kämpfen. Ah ja. Wo er recht hat, hat er recht. Wenn sie Gravity macht, ist es sehr nützlich. Oh, es sind 50 Jill mal drin gewesen. Mann. Und nochmal 50. Und nochmal. Wow. Schon um 30 gesteigert. Gegner in der Herze jagen, nachdem man sie in die Luft befördert hat, ist das Größte. Es ist fast wie Fliegen. Als würde man die Luft zerteilen, verstehst du? Nee. Nicht wirklich, aber... Passt schon. Ja, Chase. Ich weiß, ist nur verdammt schwer. Cleared. Ich bin so reich an Coupo gerade. Oh. Oh, Zwischensequenz. Du bist verschieden von mir. Du bist stark. Nee. Ja. Du kannst deine eigenen Entscheidungen machen. Du hast bereits. Du willst nicht kämpfen. Meine eigenen Entscheidungen. Was? 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 Sie hat Augen! Ja! Du wirst lachen, es wird noch andere komische Charaktere. die nicht mehr auf der Seite sind. Was ist das? Ich liebe dich! Mein Name ist... ...Tara. Sie kennt Ihren Namen! Ich möchte dich treffen, Tara. Und das war's auch schon von Vaughn! Endlich. Ja, ich würde mal sagen, den Report tun wir uns das nächste Mal anschauen, würde ich mal sagen, okay? Jo. Das war ja stark genug, dann machen wir das nächste Mal den Report und Epic Laguna! Yeah. Dann, jo. Und danach kommt endlich mein Lieblingscharakter. Ja, ich bin der Shadowfink 2K7. Ich bin Ayrizo. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.